Was geht ab, meine lieben Freunde? Hier ist euer M3D bei der Heroine-Mod, den wir übrigens auch schon länger nicht mehr gesehen haben, ne? Ah, wir sehen seine Viecher da, aber wir sehen nicht ihn. Auch irgendwie wild. Irgendwie so ein Roboter, bieb, 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 okay. Genug rumgespielt. WTF, da ist ja gerade Erde runtergefallen, wie geil. Hübscher Effekt, muss ich sagen. Hier würde ich auch gerne weitermachen, aber ich habe keine Ahnung, wie. Einfach ignorieren, haha. Aber was ich weiß, ist, dass man hier einen Block hinsetzen kann. Schön, sieht aus wie neu. Sieht komplett anders aus jetzt. Ja, richtig schick. Naja, aber wir überlegen uns auch noch natürlich was Schönes. Und ich glaube, ich will eine Wendeltreppe nach unten haben. Wobei wir auch unseren Wasseraufzug haben, ne? Das ist so, hm. Was nimmt man da? Wir haben allerdings nur einen Wasseraufzug, der nach oben führt, oder? Was auch geil ist, weil ich meine, nach oben dauert es halt. Ui, das ist nice. Aber das war gerade weg. Und da unten war Wasser, oder? Haben wir da die Wasseraufgürze hingetan, oder nicht? Am Ende springe ich jetzt runter und bin tot. Was nichts Neues wäre, aber man kann ja mal fragen. Und hier können wir einen Balkon hinsetzen. Oh, 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 oh. Komm, wir probieren's. Warte, ach. Bisschen Schiss. Ah. Ja, nein, 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 nicht hoch. Au. Ah, hier funktioniert's nicht mehr. Ja, super. Da wär aber, glaub ich, da was dafür gewesen, ne? Oder? Ja, nein, vielleicht. Doch. Doch, 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 doch. Da ist einer. Ja, wow. Gut zu wissen. Was war das andere? Ähm. Genau, man müsste Glas hinsetzen. Einen Platz freilassen, sozusagen. Und auf der anderen Seite kommt dann hier so Magma-Boden hin. So war's, ne? Da wird man den Fahrstuhl in die andere Richtung haben. Ja, 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 ich erinnere mich wieder. Okay. Auch ein Plan, den man verfolgen kann. Oh, Alter, ist so krass. Oh, ich komm nicht raus. Oh. Gut geplant auf jeden Fall, muss man sagen. Und deswegen haben wir hier das eingekesselt. Diese Viererbreite. Und wollten das ja noch ein bisschen höher machen, ne? Bis ganz da oben hin. Genau. Okay. Und den Fahrstuhl machen wir dann hier nebenhin. Deswegen hab ich hier das Loch gegraben. Ja, ich erinnere mich. Okay, alles klar. Okay, okay, okay. So wird's passieren, Freunde. So wird's passieren. Dann gucken wir, dass wir das auch mal hinkriegen. Wo war dieser Magma-Block? Hier, Magma-Block. Guck mal hier. Der Typ weiß, wo alles ist. Der weiß das ganz genau. Ist gar kein Thema. Wassereimer haben wir auch. Oh, hier haben wir noch Kohle gefunden. Nice. Da machen wir nämlich mal weiter mit der Kohle hier. So. Weil wir werden davon eh noch genug brauchen. Deswegen keine Gnade damit. Und das kommt auch noch weg. Es gibt doch noch irgendwas besseres als einen Ofen, ne? Zumindest im Essen kochen. Ja, das weiß ich noch. Okay. Das machen wir gerade ganz mal hier rein wieder. Zack, 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 zack. Die können wir auch da rein machen. Die gehören ja eigentlich dazu. Okay. Steine knallen wir jetzt einfach hier rein. Wir brauchen noch. Ach, guck mal. Hier haben wir ganz, ganz viel Glas. Sehr fein. Ja, Knochenmehl brauchen wir. Und diese Pflanze da. Pflanze. Oh, ich liebe es, so volle Kisten zu haben, ne? Ich bin so voll der Messi, Alter. Krise. Egal. Irgendwann machen wir uns ein geiles Lager. Und dann wird es abgehen. So. Wasser kommt ja hier nicht weiter. Wegen der Leiter hier. Ist wie bei Strom. Die leitet nicht. Okay. Ja, dann machen wir das jetzt einfach so, dass wir wieder runtergehen. Und uns nach unten durchprügeln. Das halte ich doch für... Oh, warte, warte, warte. Oh mein Gott, nein, Hilfe. Oh Gott. Halte ich doch für eine Idee. Aber warte. Wir müssen das zubauen, sonst wird das ja nix. Oder meint ihr, das macht nix aus? Ich würde es jetzt mal... Oh, scheiße. Ich habe ja nicht mal Steine dafür dabei. Nein. Oh, was? Hilfe, Aua. Okay, war geplant. Alles gut. Scheiße. Einfach runterbauen. Darum kümmern wir uns einfach gleich. Ja, genau. Muss noch mal ein bisschen auf die Zähne kriegen. Hier. Und hier. Muss nicht gut aussehen, muss einfach nur funktionieren. Erst noch mal ganz schnell was, bevor wir tatsächlich noch verrecken, aber ich sei nie. Kommt irgendwo gleich noch was, wo ich runterfallen kann? Ja, natürlich. Achtung. Boah. Okay. Ich wollte so vollsteig auf diese Leiter dodgen. Oh, der hat geklappt. So. Hier ist sogar noch Eisen. Guck mal hier. Oh, nein. Ja, 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 ja. Das war gelootet. Hallo? Ah. Aber die Kohle ist gut. Kohle brauchen wir. Kohle nehmen wir mit. War jetzt so eigentlich, uh, war jetzt so eigentlich gar nicht geplant, aber ist jetzt egal. Spontane Kohle-Action, verstehst du? Da muss auch einfach mal spontan sein. Gut, 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 gut. Das Wasser hier können wir eigentlich zumachen, weil wofür sollte es bleiben? Perfekt. Dann haben wir auch nochmal Kohle, nehmen wir auch auf jeden Fall mit. Alter, was ein Riesenader das eigentlich ist, ne? Oh nein, den Spruch drücke ich jetzt nicht. So, nehmen wir doch mal ein paar Steine. Ach, scheiße, die Spitzhacke ist gleich kaputt. Och, Mann. Gut, wir haben ja eigentlich nicht mehr so viel zu tun, ne? Dann machen wir das so, dass wir jetzt einfach mal eine Eisspitzhacke machen. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. So. Oh. Ja, klar, warum nicht? Wer jetzt doch schon mal da ist, nehmen wir es mit, ne? Und gefühlt habe ich unendlich fackeln, kann es sein? Die werden irgendwie nie weniger. So, wo bin ich jetzt hier gerade? Hilfe. Nee. Scheiße, Mann. Wo bin ich denn schon wieder? Muss hoch, oder? Alter. Dann willst du nur mal ganz, ganz kurz was machen und machst so eine Scheiße direkt. Aber was man machen kann, ist hier kurz ausleuchten, ne? Ah, ja. Oh, doll. Was steht hier? Einfach ein Schild von ihm. Nö, das ist irgendwie ein bisschen frech gerade. Nehmen wir mal hier das Eisen mit und ab geht's. Dann gehen wir wieder zu unserem ursprünglichen Plan zurück. Muss nur mal grad gucken, wie ich hier wieder rauskomme. Irgendwie. Ich hab das gerade ein bisschen. Ich hab was rumfahren. Hä? Auch ein Schild von ihm. Okay. Blup. Was hab ich denn jetzt hier gerade gemacht? Bin ich doof? Also, ja, es zeigt sich ja, dass ich doof bin anscheinend. Hä? Ui. Ne Grille. Ach, ne Kacke Lake. Ja, okay. Dann halt so. Ja, süß. Hier machen wir nochmal das Wasser weg, glaube ich. Und wir gucken, was dahinter ist. Ja, das ist schon mal ein gutes Zeichen eigentlich, aber... Ich hab eigentlich was ganz anderes vorgehabt. So. Weg damit. Schön ausleuchten. Und erberschen. Hier nochmal das Eisen mitnehmen. Warum denn nicht? Und die Kohle vor allem. Ja. Geil, wie schnell man eigentlich Kohle fahren kann, wenn man mal ganz kurz loszieht. Aber ich dachte, ich wäre jetzt hier irgendwie richtig... Boah, hier konnte ich mich einfach weggeschoben, die Sau. Schon ein bisschen frech. Ja, ich springe ja ein neues Zuhause, ne? Gefällt's dir hier? Jiminy? Auch wenn's mir gar klar ist, ist es egal. Ja. Egal. Raus hier. Bisher ist er wieder dahin, wo wir eigentlich hinwollten. Boah, Alter. Aber die ganze Kohle kannst du ja eigentlich nicht liegen lassen, Mann. Das wäre... Schon eine Straftat irgendwo, ne? Aber ich bin nicht auch friedlich, aber warum sind hier keine Monster? Das ist ja maximal verwirrend, du. Ja, ich will jetzt eigentlich schon noch raus. Die Spitzacke hab ich auch aus einem anderen Grund gemacht. Eigentlich, um nach unten zu kommen. Bevor mir die Diamant-Spitzacke kaputt geht, was mach ich? Ich benutze sie für irgendwas anderes. Richtig schlau. Ich schlau wie Schlumpf. Na ja. Ich hab mich verlaufen, ne? Ich sag, wie's ist. Aber hier ging's doch raus. Ja, 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 ja. Okay, 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 okay. Dann können wir ja eine neue Spitzacke machen. Ist ja kein Problem. Wir machen direkt mal... Zwei. So. Schön. Wieso hab ich eigentlich so viele Eisenbahnen dabei? Ach, die hab ich ja aus der Truhe geholt. Aus dem Ofen geholt, natürlich. Ach ja. Intelligenz ist schon was Feines, ne? Die einen haben's, die anderen nicht. Und ich offensichtlich nicht. So. Hier wollten wir weitermachen. Genau. Da will ich nämlich Steine hinsetzen, statt irgendwas anderes. Es muss ja... Erstmal gut aussehen. Und das wird dann einfach mit Glas ersetzt. Also komplett entspannt. So. Warte mal. Ach, das geht noch weiter runter. Ach, meine Güte. Aha. Dann machen wir das jetzt hier noch zu. Okay. Und runter da. Ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht irgendwie durch irgendeine Dummheit. Ich guck nochmal. Man weiß ja nie. Spitzacke hält auf jeden Fall noch. Ah ja. Das war fein, die Höhe. Flup, flup. Ach, wir sind schon ganz unten. Ja, geil. Dann. Machen wir das jetzt erstmal so, dass wir hier das Ding hinsetzen. Ja, lass mich raus. Ja, komm. Genau. Genau, 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 genau. Und jetzt würden wir von oben Wasser herunterschütten, ne? Und dann würden wir die Pflanze einpflanzen. Erst im Wasser geht, glaube ich. Aber wir probieren es jetzt einfach. Was wies denn ich? War halt clever, dass ich das Wasser erst später gesetzt habe. Aber es ist ein anderes Thema. Einfach ein anderes Thema. Boah, Alter, wie man hier rausgeschleudert wird. Kriegst ja fast noch einen Schleudertrauma hinterher. So. Wasser, Wasser, Wasser. Und hier runter. Machen wir es auf die Höhe einfach. Ja, oder? Och, Junge. Dann machen wir es halt auf die Höhe. So. Ah, warte. Das Wasser ist doch endlich. Das hört doch gleich wieder auf. Daran erinnere ich mich noch, dass ich fast auf die Fresse bekommen habe. Ja, 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 ja. Wo ich fast gestorben wäre. Wir bräuchten also noch einen weiteren Wassereimer, glaube ich. Moment, wir haben ja diesen Rucksack. Können wir auch so machen. Ah, ja. Schön. Und wieder runter da. Ich meine, es wird jetzt nicht so schlimm sein. Da ist eine Leiter. Wir werden es schon irgendwie überleben. Aber an irgend sowas erinnere ich mich. Wow. Oh. Das darf natürlich auch nicht sein. Aber das macht gar nichts. Ja, okay. Dann egal. Hier hört es doch gleich auf, oder? Nö, fließt ganz nach unten. Hä? Was war denn es dann beim letzten Mal? Ach, ist ja auch egal. Hauptsache, es funktioniert. Es klappt mal was auf Anhieb. Ist ja der Wahnsinn, oder? Nö, ist komplett runtergegangen. Geil. Gut. Dann setzen wir jetzt die Pflanze hier hin. Blub. Nein. Warum geht das nicht? Ach, ich muss das so wie hier machen. Und dann muss ich das Ding ersetzen, ne? Oh je. Sorry, meine Freunde. Wir probieren es nochmal auf diese Art und Weise. So, dann mache ich die Folge einfach ein bisschen länger, dass ihr nicht wegen meiner Blödheit leiden müsst. Blub, 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 blub. Hätte ich nicht gedacht, dass es so rum geht, ne? Aber es würde halt ein bisschen Sinn ergeben. Hm. Hier. Hier, 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 hier. War doch Magma Block, oder bin ich doof? Doch, es war Magma Block. Zu 100%. Heißt. Warte, 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 warte. Überlegen. Haben wir jetzt alles. Wir würden jetzt das... Den Wasserstrom haben wir gesetzt. Knochenmehl könnte nicht reichen. Das nehmen wir nochmal mit. Am Ende sind wir da ganz unten. Dann liegt es an zwei, drei Knöchlein. Ne, 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 ne. Da hab ich ja gar keinen Bock drauf. Knochen, Knochen, Knochen. Oder Knochenmehl. Je nachdem. Ne, beides. Äh. Haben wir nicht mehr so viel? Doch, wir haben Dutzend dabei in den Rucksäcken drin, ne? Oder? Na, komm. Ich weiß ganz genau, dass du irgendwo bist. Oder auch doch nicht. Doch, da sind Knochen. Was hab ich bei mir im Rucksack gerade drin? Hab ich da auch Knochen? Ja, ach, hab ich doch dabei. Wusste ich doch. Wow. Wie ich sogar Sachen im Rucksack drin hab und eine extra Gegenstelle hergestellt habe. Clever mal wieder. Absolut clever, meine Freunde. Was ist schneller? So oder? So ist schneller. Dann schwimmen wir runter. Blubbeldi, 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 blubb. Weil wir wissen ja, wir werden eh nicht runterfallen jetzt. Deswegen können wir da ganz entspannt runtergehen. So. Machen wir dich mal weg. Machen wir dich da hin. Kann ich das einfach... Ne, ich muss das oben drauf machen, ne? Okay Was passiert hier? Warum ist hier Wasser? Was ist da los? Oh, warte, wir könnten das Schild holen Scheiße, wo war denn jetzt das Schild gewesen? Das hätten wir jetzt gut gebrauchen können, ne? Egal Egal, 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 egal Die Leiter müsste es doch eigentlich aufhalten Was ist jetzt hier gerade das Problem? Wahrscheinlich einfach das hier, ne? Wartet Oh, komm schon Please Ja, wir müssen hier halt auch nochmal Leitern oder irgendwas hinsetzen Anders geht's nicht Moment, haben wir hier noch ein Schild drin? Das wäre die Rettung jetzt absolut Komm schon Ne Mist Wir haben auch keine Werkbank oder irgendwas hier drin, ne? Oh, was, 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 was? Achso, ich ertrinke, huch Hm, nochmal gucken Holz haben wir auch nicht hier drin Ach, es ist ja furchtbar Es ist ein absoluter Fluch, der hier passiert, ne? Egal Ich will das einfach erstmal so probieren Das heißt Knochenmehl in die Hand genommen Und ich flippe hier gleich komplett aus mit dem hin und her Geschwimme Geschwomme Geschwimmeli Aufkampf Gehen hier auf die Leiter Irgendwie So Der macht das gerade überall, oder? Wieso funktioniert das jetzt nicht mehr? Naja, egal Ich versuche es ja erstmal auf diesen Art Auf diesen Wege Wird schon schief gehen So, es hat natürlich nicht geklappt Moment Boah, fuck, ne? Das ist ja bescheuert Was habe ich denn da falsch gemacht? Die nächsten Knochen Und weiter geht's Wir machen dann eh dieses Glas dazwischen Dann ist es komplett egal Erstmal will ich nur ganz nach oben kommen Ah, es reicht Mein Gott, geil Es reicht Alles klar Und jetzt müsste ich das ja Eventuell Abreißen können Von der Logik her Ne, hier ging's doch jetzt auch, oder? Ja, ich würde's jetzt einfach mal Kaputt machen Und dann einfach gucken, dass es klappt Dann hätten wir zwei Fahrstühle nach oben Und dann müsste man eigentlich Nur dieses Feuerdingsmuster hinsetzen Also diesen Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Auf dem sechsten Platz Dieser Stein da Oh mein Gott Das geht gar nicht, was ich vorhabe Ne, ich komme da gar nicht mehr runter Scheiße, Mann Was, was mache ich denn für ein Kram? Ich bin aber auch hängen geblieben Das ist nicht mehr normal Ja Wie komme ich jetzt da runter? Gar nicht Okay, cool Damit ist der Plan gescheitert Ja Außer Wir setzen halt das Glas dahin Aber ich verstehe das nicht Normalerweise müsste die Leiter das doch aufhalten, oder nicht? Oder ist das nur bei Schildern so? Hä? Egal Wir probieren jetzt was ganz Spezielles Das darf doch eigentlich gar nicht sein Weiter geht's Einfach weiter Ah, komm, geh doch Das hat jetzt gerade so viel Zeit gekostet, glaube ich Wenn's nicht so weit ist Schaffen wir's bis ganz nach unten Ich versuch das jetzt einfach Komm schon 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 Ah Oh mein Gott Ja Und wegmachen Ja 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 Das hat geklappt Und? Klappt das auch? Nein Doch Ja, natürlich hat das geklappt Bin ich doof Warte Freunde Ich weiß nicht Ich überziehe gerade das Grauens Aber ich muss das jetzt unbedingt wissen Ob das geklappt hat So, das ist jetzt Alles oder nichts Ja Es sieht richtig aus, oder? Ich dachte halt ehrlich gesagt Es wäre schneller Zugegebenermaßen Aber es scheint funktioniert zu haben Ja, dann geil Ja Guck mal hier Dann bin ich sehr zufrieden damit Nein Hilfe Bin halt nur noch ein bisschen zu blöd Ist nicht schlimm Ah Nein Lass mich raus Ja Nein Nein Oh Ja, wir müssen da unbedingt Glas dazwischen setzen Scheiß drauf Ich fahr jetzt einfach wieder nach oben So ist es halt Okay, meine lieben Freunde Damit würde ich einfach mal sagen Bis zur nächsten Folge Tschüss Tschüss Tschüss